Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Die ersten Diebe sind werlos, so wie wir die ersten Banditen los sind und die ersten Wehrwölfe los sind. Und ich hoffe, es waren noch die letzten Wehrwölfe, aber ich habe da nicht allzu viel Hoffnung. Okay, hier müsste ich noch ein bisschen was mit der Garnision machen. Wir haben aktuell hier fünf, sechs Wehrläufer von 15 maximal. Ich würde vielleicht mal auf 10 runter gehen wollen. Dann gehe ich immer so auf fünf Wachen hoch. Bringen hier in der Ecke die Soldaten etwas. Wir haben zwar Banditen hier, aber die sind mehr so in diese Richtung. Ja, ich meine, okay. Wer hier noch keine Soldaten, dann würde ich mal sagen, ich gehe immer so auf null Soldaten und gehe hier auf 10. Auf der anderen Seite brauche ich die Waldläufer hier noch. Ich meine, die Diebe sind weg. Und gut, es könnten hier noch weitere Diebe irgendwo rum existieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber vielleicht wäre es wirklich sinnvoller, wenn ich sagen würde, vielleicht mal so fünf Waldläufer in der Hinterhand zu haben und dafür aber hier zehn Soldaten, damit sie sich um die Diebe mit kümmern können. Hier die Leute dürfen sich so in diese Richtung austoben und alles andere müssen wir schauen. Hier habe ich genau. Wir hatten hier ja auch noch die Liebe genau. Hier noch weitere Waldläufer. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch einen Wachturm mit Soldaten. Den könnte ich... Warte, 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 warte. Wege technisch und so. Ja, nee, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich die hier hinsetze. Ja, egal. Da machen wir nochmal so. Nein, 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 nein. Du bist falsch. Äh, gerne, wie gesagt, überhaupt Soldaten. Gehen natürlich da zehn, hier zehn. Könnte mich dann mit den Banditen so ein bisschen beschäftigen. Hm. also wird hier direkt auf null und hier 15 so okay dann bräuchte ich natürlich soldaten rosten wie es von lieben angegriffen um die spieler ja ach ja da war ja da ist ein liebeslager alter sich hier feldläufer habe ganz tolle wurst und dann habe ich hier nicht auch noch irgendwie waldläufer um existieren irgendwo habe ich doch irgendwas in dieser richtung genau das sind zehn das trifft sich doch gut dann könnte ich mich mit den dieben dann mal in der nächsten zeit beschäftigen ich verliere ein bisschen die übersicht im augenblick verliere so ein bisschen die übersicht holzwerkstätten diese mit den holzschildern beschäftigt das ist in ordnung da werden eifrig fackeln hergestellt das ist sehr gut dann hatte ich hier irgendwo noch eine holzwerkstatt da werden die sperren produziert ist auch gut so wie sieht es mit werkzeug generell aus ich schaue gerade mal könnte wahrscheinlich besser aussehen die werkzeug schmiede ist noch mit entsprechenden aufgaben gesegnet und beschäftigt dann soll die sich da entsprechend ausproben gut die schneiderei sagt sie hat nichts mehr zu tun glaube ich weniger ich mach mal hier so auf dem dach und rucksäcke und dann bitte schön mal so ein paar leichte rüstungen das ist immer gut so in der kaposten habe ich erstmal deaktiviert wie sieht es denn hier mit der schatzkammer aus das tut sich da schon irgendwo das ist nicht verkehrt das ist echt nicht werde ich schon mal so ein soldat an 3 plus 0,6 reißt mich jetzt nicht vom pokker aber ist jetzt auch nicht gut weiß wie schlecht so der hat silber barren das ist nett aber bringt mich jetzt nicht so wirklich weiter ich könnte silber gegen herstellen ich müsste jetzt nur im augenblick nicht warum nicht ganz ehrlich reisen wäre mir wesentlich lieber selbst gut für dich feiern auch mit dem vater muss im augenblick sind schwer wie sieht es hier aus da wird kohle abgebaut oder wurde kohle abgebaut irgendwie sowas das nicht mehr als so viel kohle gegeben glaube ich auch hier sieht es mit kohle doch das geht noch das noch einiges koffer stein ist nicht wahnsinnig viel kopf aber wenigstens ein bisschen silber da ist nichts mehr zu wollen mit silber dann kann die weg der hat auch nichts mehr mit silber dann kann die komplett weg die leute kann nicht gelten lassen entlassen damit so dann würde ich stattdessen ja ist mir sehr schön nein aber ich würde das stadt wissen hier dann halt wir haben hier dicke banditen lager kalt stein normaler ein bisschen eisen immerhin betonung liegt auf bisschen 10 von 10 und das sind 10 und das sind 0 von 10 aber ich habe hier ein bisschen material und will ich sagen ich glaube ich hatte hier auch irgendwie in der waffenspiel hatte ich nicht auch irgendwie so ein wohnhaus hier in der nähe untergebracht ja da war dort so dann würde ich mich nämlich da ganz gerne um die netten banditen kümmern die netten banditen da ging es im bau diesen voll besetzt die sind voll besetzt und wir haben hier irgendwo liebe um existieren da genau zu sein ich glaube nicht dass es nur dieses eine lager sein wird hier kann ja auch irgendwo leute her und dann muss das nebenbei bemerkt ich speichere mal ihr dürft euch da vergnügen und ihr dürft euch da dann gucken wir mal ob ich hier mit den leuten irgendwie zurende kommen das ging jetzt schneller als gedacht nur eins gewesen cool ja dann sind die liebe auch geschichte ihr könnt dann wieder hier hin zurück genau ebenfalls zum marsch als kann ich war das ein fall aber ich war es doch geahnt da gibt es doch noch ein zweites säcke und sich da versteckt moment während die sich hier schon zurückziehen respekt respekt so ganz nebenbei machen sie das denn auch noch platt sehr schön ja okay wenn das so ist ich sehe hier ganz viel wald im ersten moment so da habe ich meine waldläufer hier habe ich wachen da habe ich auch waldläufer sehe ich gerade und würde ich die abziehen die anderen lasse ich als reserve mal unten stehen auch die soldaten können da bleiben und hier kommen entsprechend wachen dazu das heißt ich brauche hier zehn wachen wenigstens zehn wachen und hier ist über 15 rekrutiert das ist schon mal nicht verkehrt ich sehe gerade die baue ich auch in die 15 kohle hier war es eisen ja es wird wieder eisen abgebaut und es entstehen die ersten eisen barren da muss ich nun ganz genau überlegen wie ich die jetzt am sinnvollsten verwerte auch natürlich brauche ich lustungen ganz klar so hier war es die kohle und kupfer das ging es aber noch im bau und hier waren es die banditen die mir hier das leben etwas schwerer machen ok und da sind es mal noch die fehlenden soldaten jeweils aus dem nach und nach hier angekommen wie sieht es eigentlich hier mit wohnungen und so aus also da ist jetzt nicht so das problem gegeben und die leute müsste ich haben meine weitere wache mit dem soldaten ja wieso geht das nicht voran ich habe uns schwer ich habe holt schilder und eine dame die sich ausrüstet ich glaube ich will auch wache werden wenn ich sehe ich scheine im augenblick die wachen zu bevorzugen ich bräuchte aber auch trinkzoldaten mal so ganz nebenbei bemerkt vielleicht auch toll dass ihr die wachen hier so ne äh abfrühstückt aber 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 nun gut hier ist glaube ich nix mehr in diesem kompletten doch sieben waldläufe habe ich herum existieren das ist nicht verkehrt habe ich ein paar leute in reserve für den fall des falles leute in reserve zu haben ist immer gut aus dem passel gerade es regnet wie wild die begreifen schon wieder an soja wir haben ja hier irgendwo in diesem bereich hier so da müssen sich irgendwie leute aufhalten alles klar hat polie dann soldaten gut und schön soldaten alleine werde ich nicht viel hinbekommen so ich brauche einen weg da geht nix aber hier das müsste eigentlich gehen so genau zehn wachen sollen es irgendwann sein die sich dann hier so ganz vorsichtig vorwagen dürften nicht gut frage wo kommen die her dass die aus der ecke da kommen jetzt hier mal so ein patrouillen punkt bin ich ganz sicher das sind meine veteranen soldaten so sieht es hier aus da sind wir bis auf zwei runter das sind wieder gekämpft habe ich hier noch ein moment 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 also das ist der naja alles klar ich brauche noch einen weiteren wachtturm da komme ich nicht drum rum genau und die sollen sich dann bitteschön hier so ein bisschen umtreiben kriege ich mit meinen decker posten die leute noch in die richtung geschickt oder ist das soweit probieren wir es mal aus dann sind die auch wieder also die muss noch müßte ich noch aktivieren glaube ich nein die kapusten da genau so sind sie wieder aktiv und könnte ich dann mal so wie sieht es hier mit der rekrutierung aus es tut sich was sehr schön gut dann werde ich in der lage sein hoffe ich dann ab der nächsten folge entsprechend soldaten rekrutieren zu können die die wir benötigen und werden schauen was ich mit meinen einfachen soldaten so gerissen bekomme ich würde wie gesagt die banditen die wir da in der einen ecke da noch um existieren haben ganz gerne entfernen loswerden was was gelingen wird keine ahnung werden wir aber erleben ich bedanke mich dafür dass ihr mich wieder stark unterstützt habt und auch für deine unterstützung und deinen support vielen 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 lieben dank bis zur nächsten folge bis dahin wünsche ich euch wie immer alles alles gute und genießt die zeit und genießt die zeit